Super-Ski-Slalom, Abfahrt-Rissenslalom, vier Disziplinen, alles auf einer Strecke. Red Bull sucht der vielseitige Skifahrer. Fahrerin, hast du gemeint? Hier am Red Bull-Skill, mit dem Super-Ski-Hunt, eigentlich ist es die wichtigste Disziplin. Es geht darum, dass du einfach in den Rhythmus reinkommst, ähnlich schnell wieder Abfahrt, trotzdem dreht es so viel. Da musst du bereit sein. Nein, das finde ich nicht. Du musst von Anfang an vollgehen. Du bist nicht einmal mehr im Lift drängeln vor mir. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Wenn du mindestens 16 bist und gerne Skifahrst, gut Skifahrst, dann bewirb dich auf redbullskills.ch und komm am 31. und 31. März hier auf die Lenzerheide und dann kannst du herausfinden, wie viel du an einer Ehemalung abnimmst. Wir Jungen werden euch so dermaßen am Tor fahren. Ja, aber du kannst nicht das Lallum fahren. Tja, du siehst es dann. Und geradeaus auch nicht. Pff, du wirst es sehen. Pff, du wirst es sehen.